dann gehen wir mal nach agrar zurück also ja hier im sumf ist noch genug zum platt machen und nach da drüben wäre das briganten lager beziehungsweise die briganten lager voll überschrift rolle vom vorock lager so dann packen wir mal die ganze nahrung die wir jetzt schon mal haben hier in die karawane verkaufen mal holz und steine an die damit wir das ding zum wachsen kriegen jetzt schrift rolle kochen wir gerne ab ich bin gerade gewillt denen die nahrung zu verkaufen die sie bräuchten me me i don't agree me me und 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 Ihr braucht was aus dem Warlock-Lager? Kein Problem. Da ist die Frage, wie komme ich durch die Sümpfe zu den Briganten? Scheint ja direkt einen Weg zu geben. At last. das ist eine wolfshöhle übrigens also hier scheint es rüber zu gehen und dann zu den briganten lagern rüber um at last we are under attack we are under attack was gelette die unbedingt vernichtet werden wollen at last at last here they are wo hängt es am offenen sumpffenst ist das denn ernst also ja das hier werden die beiden briganten lager sein und hier ist noch eine sache auf dieser insel dieser halbinsel da ist sogar ein magierturm so jetzt sind die frei ok ich wollte achso wir müssen über die brücke drüber ok at last are we going to fight or what dann machen wir erst diese halbinsel und du fällst auch noch irgendwie bei mann guck mal was die da so an nahrung haben und du gehst bitte wieder in das dorf rein gott ist der blutscharmale langsam weh oh da schleppt auch eine schwere trommel auf dem rücken oh da ist ein riesiges wolfslager und hier ist stepford also es gibt noch genug hier auf dieser karte sie ist zwar relativ klein eigentlich aber es gibt trotzdem genug at last ein bärenlager das vernichtet werden muss man sieht es ja hier haben wir erst mal zwei brigantenlager die weg müssen und dann gucken wir mal was es da oben gibt at last are we going to fight or what are we going to fight or what here they are so jetzt haben wir von beiden lagern die drei vor vernichtet oh hier ist auch ein lager are we going to fight or what what are we going to do we'll share the trophies are we going to raid this village are we going to raid this village are we going to raid this village gut now what are we going to fight or what are we going to fight or what are we going to fight or what what's right yo ho yo ho at last ich habe immer noch keine ahnung was diesen schaden verursacht oh trop reiter at last nächstes haben wir jetzt wieder eine naturquelle mit einem geist drauf ja ho ho dann werde ich dann wahrscheinlich alles hier oben machen als nächstes der 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 Ja, da sind wir. Ja, da sind wir. Ja, da sind wir. Wir werden oder was? Ja, da sind wir. Ja, da sind wir. So, Gif. Und 100 Goldstücke. Solche Sachen können wir mal ihm geben. Den Hightank nimmst du mal. Und euch heilen wir. Ja, da sind sie. Hooray! Boah, das wird ja nicht mehr erreichen. Heute Abend feiern wir. Wir haben den Vorteil auf unserer Seite. Ohne Namen ist die Imperialen Garnison verloren. Lass uns die Beute ins Dorf bringen. Ich. Ich. Was werden wir tun? Was werden wir tun? Uns. Uns. Also ja, sehr viel Nahrung. Schicke ich mal meine Armee wieder über die Brücke und an den Sumpfrand. Also ja, hier drüben haben wir gut gecleared. Das heißt, wir machen als nächstes noch den. Meine Kräfte schwindet. Ich fühle mich nur halb so stark, wie noch vor kurzem bei meinem Clan. Ich muss einen neuen Turm näher an der Grenze bauen. Mhm. Ja, das ist halt so die Sache, unser Astralkörper hier. Oh, er sieht mittlerweile anders aus. Das war er, glaube ich, schon in der letzten Mission. So, die Schützen ignorieren wir mal. Hier gibt's noch ein paar Sachen. Hier müssen wir mal gucken, was es gibt. Und hier werden wir wohl das Heerlager erstellen müssen, ja. Und hier sind jede Menge Wölfe. Es sind zwei Wolfsgruben hier, ja. Okay. Aber jetzt ist es mal wieder Zeit für einen Cut, würde ich sagen. Warten wir, bis unsere Truppen alle in Position sind. So, Spiel speichern. Das ist jetzt... Let's Play 18. So. Sicherheitshalber speichern wir das Ganze nochmal. Als Let's Play 18a. Dann gucken wir mal das nächste Mal, ob eins der beiden Saves korrumpiert ist und das andere nicht. Also. Bis gleich. Ich spreche ja gleich. Jetzt.